Hallo und herzlich willkommen zur ersten Video-Podcast-Folge. Checkt den neuen YouTube-Kanal mit unserem Podcast aus. Link in der Beschreibung. Ich spiele ein bisschen Duki mit Bröki. Ich gehe schon mal ins Team-Speak. Bröki 1, du Licht meines durch Nebel getränkten Tages. Oh mein Gott, das war sehr, sehr schön. Hallo, Kocha Lol, wie geht es dir? Como estas? Ja, una cerveza, por favor. Una grande cerveza o una pequeña cerveza? Una grande. Muy bien, muy bien. Wir haben einfach, in Spanien, haben die teilweise einfach weiter Spanisch gesprochen. Wenn du angefangen hast, Englisch zu sprechen, haben die einfach weiter Spanisch gesprochen. Es war denen so scheißegal, was du zu sagen hast. Nächstes Mal nimmst du mich als Dolmetscher mit. Ich habe jetzt 40 Tage Duolingo-Streak schon. Ich habe jetzt meinen Weg zurück zur League of Legends gefunden. Warum? Geld, Bröki. Ich habe doch gern ein Dach über dem Kopf, ist mir aufgefallen. Der Prime-Sub-Nerve, der hat schon gut wehgetan, wenn ich so mein Dashboard reingucke. Ich will gar nicht so nachschauen, glaube ich. Und wann kriegt denn der rein? Der ist jetzt seit einem Monat aktiv. Oh mein Gott, ja. Ich habe mal nette 1.500 Dollar weniger durch Primals einfach. Ich habe gehört, du hast schon ein Kostüm für das Dart-Event? Nein, das war meine bessere Hälfte. Ja. Die hat sich da wieder Mühe gemacht und hat uns was Schönes rausgesucht. Aber ich kann jetzt noch nicht spoilern, aber es ist auf jeden Fall sehr süß. Jetzt kriegt der mir Flash weg, der Bastard. Dann gibt es Palk. Willst du haben Gin oder willst du erst mit dem Win reingehen? Ja, lass mal gewinnen, dass die Stimmung ein bisschen hoch ist, weißt du? Ich bin wahrscheinlich während der Neu-Ulm-Show-Match sind Wieler und ich auf der großen Primetime-Wohnmobil-Tour wahrscheinlich. Dann müssen wir extra einen Tag nach Ulm fahren. Ihr macht eine Wohnmobil-Tour? Ja. Ja, also es ist schon zu 99% safe. Wir machen dann quasi Wohnmobil-Sabaton. Für jeden Zap fahren wir einen Kilometer. Oh mein Gott. Geile Idee, oder? Aber es ist eine richtig geile Idee. Das ist so fucking verdient. Und der Chat darf entscheiden, wo wir hin müssen und kann uns Quests geben. Ich habe nur leider vergessen, dass in dem Zeitraum, wo wir das geplant haben, das Show-Match ist. Deshalb müssen wir jetzt, statt die Côte d'Azur lang zu fahren, leider nach Neu-Ulm einen Tag. Na, dann, wenn du es mit deinem gewissen Fall anbauen kannst. Ja, mal gucken. Ich muss ja auch mal für die Stream-Award-Content-Route gehen, weißt du? Ich will ja auch mal so ein Teil irgendwann haben. Ja. Das gewinnst du mit League of Legends nicht. Nur Dundromatra oder noch mehr in der größten Gruppe? Wir haben vielleicht noch Passi dabei als Kameramann. Das ist mit Burgis Headset. Weiß ich nicht, Burgis klingt doch normal, oder nicht? Ich klingt auch sehr richtig normal. Bisschen rauschig im Hintergrund, aber sonst... Ja, das ist meine Klimaanlage. Klimaanlage. Du bist also Umweltsünder. Spielen. Kein Aftershock mehr. Wer schon war? Steht uns blind, braucht gar keine Hand vor dir. Ich frage, ob ich das gewinne. Ja, gewinnig. Und? Jawoll! Nein! Ich habe länger nicht geschmiert, Burgi war eins. Ja gut. Gute Vorbereitung für das V-Line-Match heute Abend. Wenn du weiterhintest, muss ich dich flammen, weil... Besschen Tunsen auch geflammen, jetzt tut es mir leid. Mach doch, ich gebe halt Contra, ne? Sie hat mir das nicht gefallen, so wie Toni Tunsen. Nein, sie hat sich auch nicht gefallen lassen. Achso, nee. Nee, aber sie ist denn so süß dabei. Ja, deswegen. Willst du damit sagen, ich bin nicht süß? Das reicht einfach. Oh, hast du, ne? Hast du, Bulky? Die ist, glaube ich, drei geworden. Das ist richtig bitter, ja. Junge. Oh, Mann! Hat er auch wieder Counter zu ginnen, aber... Ja, er hat auch Hard Counter zu Pike. Läuft super. Ja, man muss einmal wieder reinkommen, Leute. Das ist nicht wie Fahrradfahren liegt. Das ist Übung. Bei dem Frechdachs können wir jetzt hier mal... ...zeigen, wo der Frosch die Locken hat, sage ich immer, ne? Ja, guck mal her, du kleiner... ...Lurch. Ja, da... ...früh. Die hat Angst. Ich lasse dich mal sterben, ne? Ja, 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 ja. Oh, Tripp ist dann. Schön. Anna? Ah. Ah, schau mal schnell, schnell, Busch, Busch, Busch. I did. Du kleine Bitch. Ich kann noch nicht ran. Okay, wirklich eins. Vielleicht doch wie Fahrradfahren, ne? Ja, ein bisschen, ne? Und neuer Champ oder so kommt jetzt auch, ne? Ja, heute Abend wollen. Aber erst kommt dieser Swarm-Modus. Swarm ist... Wo war das auch? Der hat keinen Bock mehr. Oh mein Gott, ich hab keinen Bock mehr. Ah, I'm so bad. Es tut mir so leid, Kutscherlo. Du weißt gar nicht, wie leid das mit mir tut. Ah, ist okay. Oh, da kommt ein Luchs, ne? Loy. Great escape. Habt ihr euch mit NNO-Olt eigentlich für die 3-Players qualifiziert? Ja. Oha. Haben wir schon gemacht. Ja, dann mal gucken, ob er in VfB-E-Spots vorbeikommt, wa? Muss man ja gar nicht, oder? Es gibt so super viele Aufsteiger. Ich glaub, acht oder so. So wenig? Ja, aber die DIV3 hat nur 16 Teams. Und zwei, also vier steigen direkt ab und vier DIV3-Teams gehen auch in der Relegation und spielen da auch mit. Oh, ein Flash raus. Muss das Exhaust sein, Tristana? Hast du noch was? Ja, ich hab NNO-Olt. Würde ich tatsächlich nehmen sonst? Besser ist. Na gut, ob ich auch Swarm spiele? Ich glaube nicht. Nee, mich jucken diese Will Gain-Mods irgendwie immer nicht so. Ich spiel nur League of Legends. Und Elden Ring. Och, nee. Ach, Loser. Habt ihr euch mal diesen Prime-Pokal angemeldet? Ja, angemeldet schon. Aber zu spät. Deswegen starten wir jetzt mit 0,2 rein. Das ist original die Frage, ne? Das fehlt übrigens. Durch die viel Glück. Oh, passt schon. Hilfe? Ja, ich hab noch nichts. Das war nicht drauf. Ich bin mal Bock. Ich hab Bock, die zu töten, Boogie 1. Oh. Das ist wie Fahrradfahren. Ja, sag ich ja. Ach, scheiße. Ich hab heute wie ein Einspiel. Ja, aber das passt ja. Bis 8 zu 0 können wir machen. Kein Klavier, Elden Ring mehr. Das können wir auch noch machen. Aber das geht auch echt in die Hände, muss ich sagen. Und es guckt auch keine Sauberheit zu. Von daher ist das auch suboptimaler Content. Ich bin so hasserflögt sein wie dieser Mensch. Loser Schwanz. Ach komm. Ei, 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 ei. Du lebst. Und Primes bringt halt nichts mehr. Dafür danke ich mir nicht mal mehr für Spaß. Ich schwam mich jetzt morgen. Ich will es sexieren. Ich hab ein bisschen geintet. Scheiße, Luxult. Oh, ich bin so geil, Mann. Und er fährt in die falsche Richtung. Hallo, liebe LumenTV. Um 17 Uhr kommt ein Spiel raus, den League of Legends. Ein sogenanntes Swarm Game. Und wir haben eine tolle Truppe zusammengestellt. Bestehende aus Zuitunsen, Kutalol und mir. Und wir würden gerne mit dir eine Stunde verbringen. Eine Stunde deiner wertvollen Zeit klauen, um diesen Spielmodus mit dir anzutesten und kennenzulernen. Wir würden uns freuen, wenn du dabei wärst. Liebe Grüße. Da kann man nicht Nein sagen. Kommt gleich eine fette Ult reingezabbert. Nein, ich silence ein Arschloch. Ich kill die noch. Das soll ja nicht, so ja nicht, ne? Sie dodged nicht! So schneidt mein Bildschirm, Chat. Schnee. Ja! Na gut. Netzhaut löst sich ab. Das kann es auch sein. Das Alter macht vor keinem Halt, Leute. Das sieht dann an einem geilen Catch aus. Oh, oben ist Action. Ja, oben voll drin. Wie kann ich... Ach, vor der Ewa. Ihr gewinnt das schon Match. Soll ich die Arab oder so? Nö, ich glaube, ich spiele normal. Also ich spiele normales Match. Wirklich? Mit Sonderregeln. Mit Sonderregeln. Jetzt kriegen wir Handicaps, oder was jetzt? Also wir sind uns nicht sicher, ob ihr gerade... Also wir haben darüber gesprochen und wir sind uns nicht sicher, ob... Wir glauben, dass ich schwierig bin. Also wenn ihr volle Mannstärke spielt und ernst zockt, dann wird das schon nicht so einfach für uns. Ja. Weil gegen uns spielt ihr auch nochmal anders als gegen die vier Teams. Das auch, forschur. Ja, ja. Da kommt wieder, mach mal ruhig und dann ist Agurin in Minute 3 in Filz Fresse und Filz steht 0,3. Ja. Aber wenn wir gegen euch gewinnen sollten, dann würde auch große Beschwerde eingelegt werden beim Veranstalter von manchen Leuten bei euch. Dass die Teams unfair sind oder so. Ich finde mich manchmal schon echt lustig, wo ich es sage. Och, flash doch nicht, du Sacknase. Killing Sprayer. Hat Johnny eigentlich schon unseren Urlaub geplant? Nee, ich habe ihn doch angesprochen und er meinte... Nach Madrid kam wollte? Er hat gerade anderes zu tun. So, na gut. Klar. Vielleicht soll man das dodgen, ne? Wie war denn die TFT-Weltmeisterschaft so allgemein? Es war actually witziger zu Cast als gedacht. Es hat actually wirklich Spaß gemacht. Ich habe manchmal ein bisschen reingeguckt, als so die letzten Runden anstanden, wo dann... Ja, die Energie nimmt natürlich ab nach so sechs Games. Ja. Also auch beim Cast, aber es war an sich sehr, sehr, sehr lustig. Für mich zumindest, weil ich musste nur daneben sitzen, die ganze Technik hat Johnny gemacht und dann bin nur so Fragen gestellt und Witze gemacht und so und das ist schon wirklich gehaltsam gewesen. Auch für mich. Ich habe heute nichts verstanden, aber ich habe auch ein bisschen zugeguckt. Hat Solo jetzt trotzdem irgendwie Preisgeld bekommen oder gar nichts? Naja, aber da muss ich... Über Preisgeld bei TFT... Also es ist wirklich crazy. Was gewinnt denn der Gewinner da? Der Gewinner hat 150k bekommen. Und das geht. Das ist crazy. Das ist mehr als ein League-of-Legend-Spieler, wenn du so aufs Team runterrechnest. Aber Solo gehört zu den besten 32 der Welt, laut Weltmeisterschaft. Ja. Mit 20. Platz und kriegt 4000 Euro. Na gut. Und das ist halt für... Das ist ja die einzige Einnahmequelle für Spieler. Nicht die einzige, aber das ist so die Main-Einnahmequelle. Noch in den Dark Ages. Aber hat auch nicht so viel Interesse, muss man sagen, ne? Ja, ja. Da wird es wahrscheinlich auch nicht viel mehr werden. Jetzt kann ich mich bereit darüber denken, ob es jetzt ein Verlustgeschäft ist, E-Sport überhaupt zu machen. Bei TFT könnte man ja auch einfach nur casual spielen. Ja, ich denke, die meisten, die das spielen, werden nicht so E-Sport verfolgen, oder? League ist ja schon eher... Obwohl, ja, weiß ich nicht, ob es jetzt so eine krasse Werbung ist. Was ist denn hier los, Alter? Zwei Pflanzen? Ist mehr random als League. Ja, safe. Das machen wir gar nicht oft machen. Nur der einzige randomness-Faktor, den man rausnehmen sollte, dann ist Drachenspawn. Bei League? Da gab ja schon oft so Vorschläge, dass du in der Champs Select siehst, welche Drachen spawnen so. Also klar macht das was aus, weil ich glaube, es würde nicht so viel ausmachen, wie Leute denken. Also ich glaube nicht, dass die Meta dadurch krass change würde, draft-technisch. Aber am Anfang zum Beispiel... Oha. Ich glaube, am Anfang zum Beispiel... Am Anfang würden Leute das halt einfach komplett overvaluen und übel krass darauf steigen und mit anderen Champs draften. Nur um dann halt wieder Nationalität zurückzukehren. Aber dann macht es doch trotzdem einen Unterschied. So ist es halt einfach... Ich denke ja, die Souls sind mittlerweile ja in der Technik auch alle relativ... Also ich wüsste keinen Drachen, wo ich sage, den holen wir nicht, nur weil es der Drache ist, weißt du? Man holt ja einfach trotzdem jeden Drachen, meistens, wenn es geht. Ja. Also man wird es schon anders value, wenn du weißt, es wird eine, weiß ich nicht, eine Cloud Soul oder so. Aber dann kurz auch drum an, ja gut, welche Teams du hast. Aber ja. Eigentlich gibt es ja auch kein Argument, was dagegen spricht, die Drank-Spawns einfach anzuzeigen, oder? Genau. Ob das dann viel Impact hat, ist ja eigentlich scheißegal. Stellt euch vor, dann dodgen welche wegen Scheiß-Soul. Ich kann mir vorstellen, so eine QL. Ist Onebox jetzt schon nerfed, ja, ne? Ja, die Threshold halt für diese... Für Lifehack ist nerfed, ne? Ja, so Support-Nerf quasi. Ja. Nur das Item, safe. Ah, wirft ein Shirt, wirft ein Shirt, wirft ein Shirt. Wirft doch das Schwert, du Affe. Komm an. Ja, ich habe leider keine Boards für den Soul-Fight und der Geryl macht da unten ganz schön, in der Mitte ganz schön Druck. All egal, hast du das erklären können, oder? Oh, schöner Chunk. Okay. Der Soul ist doch schön interessant für Olippier ist Rengar, Keanu und so, die von Büschen mehr Terrain beeinflussen sind, oder? Also, wenn du als Team ne Soul kriegst, dann ist meistens nicht wichtig, welches Soul es ist. Also, ich glaube nicht, dass es so viel Impact hat, wie meine Leute denken, welcher Drache ist worden. Es steht 3-3 in Drakes und dann kommt Soul und dann ist die Soul, das Team, das die Soul kriegt, dann auch noch so aufgestellt, dass genau die Soul den Unterschied macht, weißt du? Und die anderen Souls keinen Unterschied gemacht haben. Aber Terrain ist ja schon different, ne? Ja, aber, ja gut, ich bin jetzt kein Rengar-Spieler oder so, ob das jetzt wirklich so krass, also klar, das ändert was, aber es ist so heftig, dass das Spiel dann, sag ich mal, einfacher oder zwang ich mal schwerer ist. Da kein Hook-up. Oh, der Mensch ist ja süß, war? Lecker. Da war doch ein schönes erstes Game mit der besten Freundin der Hook-U hier. Wenn du jetzt eine Tour durch Deutschland machen würdest, ne? Ja. Welches Ziel würdest du anfahren? Und ich rede ja nicht von Jubilie-Spielern. Ich würde mal, äh, so Sachen, so klassische deutsche Rentner-Urlaubs-Places anfahren. Ich würde mal sagen, zum Beispiel zu Ostsee, dann würde ich mal in den Schwarzwald wollen oder auch mal in den Harz. Ja, da bist du ja hier bei mir immer herzlich willkommen, ne? Da habe ich nämlich gar keinen Plan von, was das überhaupt bedeutet oder was das überhaupt ist. Ja, klingt gut. Bielefeld, auch schön.